Heute spreche ich mit dir über das Thema Work-Life-Balance und an der Stelle möchte ich dir ein Bild, was ich von einem tollen Trainer von Laubi Kult gesehen habe, mal zeigen. Ich finde das ganz großartig, denn der Laubi sagt, Work-Life-Balance, also wenig arbeiten und dann aber auch wenig Geld verdienen und wenig leben können, immer im Mangel sein, dann bewegt sich etwas nur auf einer unteren Stufe. Wenn aber Work-Life-Balance ist wie so eine Half-Pipe beim Skaten und du arbeitest hart, Work, und dann fährst du auf die andere Seite und mit dem Geld, was du hast, vielleicht auch mit der Zeit, die du leisten kannst, dann hast du die Möglichkeit auch tolle, intensive Zeit zu verleben mit deinem Partner, mit deinen Kindern, mit deinen Freunden, dann ist es eine tolle Work-Life-Balance.